Hi, ich bin Emal von iDoc. Wenn der Akku in deinem Handy langsam schwach wird und du mit der Laufzeit nicht mehr zufrieden bist, kannst du ihn mit dieser Anleitung selbst austauschen. Ein neuer Akku hilft auch, wenn dein Handy bei niedrigem Ladestand einfach abstürzt oder immer langsamer wird. Die Reparatur ist nicht besonders schwierig, da das Display nicht verklebt ist. Der Akku ist auch leicht zu entfernen. Du brauchst etwa 60 bis 90 Minuten. Für die Reparatur empfehlen wir folgendes Werkzeug. Ein Torx T1 Schraubendreher, einen Philips Schraubendreher, einen Spudger, ein Plektrum, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel und einen Saugnapf. Außerdem hilft dir ein Heißluftfön oder ein Haartrockner, um stark verklebte Teile zu lösen. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und hochwertiges Werkzeug findest du zusammen mit unserer Magnetmatte in unserem Reparaturset. Auf unserer Website idoc.eu findest du diese Reparatur mit detaillierten Fotos und Videos für jeden Schritt. Mach vor der Reparatur ein Backup aller deiner Daten und achte darauf, dass die Arbeitsfläche sauber und gut beleuchtet ist. Wenn du Fragen hast, dann lass uns einfach einen Kommentar da. Und jetzt viel Spaß mit der Reparatur. Schalte dein OnePlus 5 vollständig aus, um es bei der Reparatur vor Schäden durch Kurzschlüsse zu schützen. Drücke länger auf den Standby-Button, bis die Option Ausschalten erscheint. Reagiert der Touchscreen deines OnePlus 5 nicht mehr, kannst du es auch ausschalten, indem du den Standby-Button etwa 10 bis 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Zum Öffnen des OnePlus 5 brauchst du einen Torx T1 Schraubendreher. Entferne beide Schrauben an der unteren Gehäusekante. Sie liegen rechts und links neben der Ladebuchse und dem Kopfhörerausgang. Lege die Schrauben auf ein gemeinsames Feld der Magnetmatte oder des Sortierkastens. Entferne dann mit einem SIM-Tool oder einer Büroklammer den SIM-Kartenhalter. Drücke dazu das Werkzeug in das kleine Loch am SIM-Kartenschieber und ziehe ihn heraus. Das OnePlus 5 besteht aus einer Rückschale und einer Display-Einheit. Auf der Display-Einheit ist die ganze Elektronik mit dem Display verbaut. Die Rückschale dient als Gehäuse. Um die Rückschale abzuheben, brauchst du einen Saugnapf, ein flaches Öffnungswerkzeug und ein Plektrum. Ist die Scheibe stark gebrochen, beklebe sie vorher komplett mit einem Streifen Paketklebeband, damit der Saugnapf haftet. Ziehe am Saugnapf und schiebe dann das Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückschale. Ist das Werkzeug zu weich, dann nimm ein Plektrum. Wenn sich ein kleiner Spalt öffnet, schiebe das Plektrum ein. Nimm am besten ein Hartplastik-Plektrum mit Stopper, damit es nicht zu weit ins Gerät rutscht. Ziehe jetzt das Plektrum um den gesamten Rahmen. Dabei kannst du das Plektrum immer wieder leicht drehen, um das Display abzuhebeln. Das Gerät ist nicht verklebt, sondern hat eine Schnappverbindung. Mit dem Plektrum löst du die Clips nach und nach. Wenn alle Clips gelöst sind, kannst du die Rückschale abheben. Die Clips am oberen Ende lösen sich zuletzt. Die Rückschale ist noch mit einem Flexkabel verbunden. Klappe die Rückschale vorsichtig hoch und halte sie fest, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Die Konnektoren für den Akku und das Backcover liegen unter einem Abdeckblech. Entferne die Schraube an diesem Abdeckblech und nimm es ab. Es ist an beiden Seiten lose eingehakt. Trenne immer zuerst den Akku, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Trenne also den Akkukonnektor mit einem Plastikwerkzeug. Trenne dann den zweiten Konnektor. Dieser verbindet den USB-Anschluss mit der Hauptplatine. Löse die Philips Schrauben an der Lautsprechereinheit. Heble dann den Lautsprecher mit einem flachen Werkzeug heraus. Jetzt kannst du ihn aus dem Gerät nehmen. Jetzt könnte der verklebte Akku direkt entfernt werden. Wir empfehlen die außen rumliegenden Bauteile wie die Hauptplatine zu entfernen, um diese nicht zu beschädigen. Du kannst aber natürlich so vorgehen wie du möchtest und wie du dir die Reparatur zutraust. Trenne zuerst alle Stecker von der Hauptplatine. Trenne den Antennenstecker mit einer leichten Drehbewegung der Pinzette. Trenne den Konnektor des großen Flexkabels von der Hauptplatine und anschließend den kleinen Koaxialstecker der WLAN Antenne neben der Kamera. Löse die Philips Schrauben der Hauptplatine. Eine der Schrauben hat einen Feuchtigkeitsindikator Sticker. Diesen Aufkleber kannst du entfernen und später wiederverwenden oder einfach entsorgen. Trenne das über dem Akku verlaufende Flexkabel. Das Antennenkabel ist auf der Hauptplatine befestigt. Löse das Antennenkabel aus seiner Klammer. Biege alle Kabel zur Seite, damit du die Hauptplatine leicht entfernen kannst. Jetzt kannst du die Hauptplatine aus dem Gerät nehmen. Löse die zwei durchsichtigen Klebelaschen an beiden Seiten des Akkus. Ziehe jetzt an der grünen Lasche, bis der Akku herauskommt. Ziehe vorsichtig, damit die Lasche nicht reißt. Achte darauf den Akku nicht zu verbiegen. Der Akku ist nicht besonders stark verklebt. Wenn der Kleber trotzdem schwer zu lösen ist, kannst du die Einheit von der Displayseite erwärmen. Setze jetzt den neuen Akku ein. Achte darauf, dass er an allen Seiten etwas Platz zum Rahmen hat und nicht eingeklemmt wird. Drücke dann alle Klebelaschen fest, um den Akku zu verkleben. Lege jetzt die Hauptplatine ins Gerät. Klappe vorher alle Konnektoren beiseite, damit keine Kabel eingeklemmt werden. Drücke es ganz leicht fest. Achte vor allem darauf, dass die Kameras richtig sitzen. Drücke das Antennenkabel in seine Klammer und schließe den Konnektor des großen Platinenflexkabels am Subboard an. Verschraube jetzt die Hauptplatine mit den Philips-Schrauben. Das Schraubenloch beim Akkukontakt bleibt noch frei. Schließe den Konnektor der kleinen Antenne oben und den großen Konnektor des Flexkabels an der Hauptplatine an. Positioniere dann den Stecker des Antennenkabels und drücke ihn vorsichtig fest, sodass er leicht einrastet. Achte darauf, mit den Konnektoren nicht zu verrutschen, da die kleinen Pins darin beschädigt werden könnten. Die Konnektoren sollten ganz leicht einrasten. Lege den Lautsprecher an seine Stelle und schraube ihn dann fest. Die Schrauben sind alle gleich lang, du kannst sie also nicht vertauschen. Setze die Rückschale senkrecht an und verbinde den Konnektor des USB-Ports mit der Hauptplatine. Schließe den Akkukonnektor an der Hauptplatine an. Lege jetzt das Abdeckblech auf. Achte darauf, dass es an beiden Händen eingehakt ist. Dann kannst du das Abdeckblech festschrauben. Lege das Backcover auf die Displayeinheit. Setze dabei die obere Kante zuerst an. Das Backcover hat hier drei Clips. Das Einklipsen braucht etwas Kraft. Nimm das Gerät am besten in beide Hände und drücke mit den Fingern den Rahmen des Geräts zusammen. Lege die SIM- oder SD-Karte wieder ein und schiebe den Halter wieder ins Gerät. Schraube dann die zwei Gehäuseschrauben links und rechts vom USB-Anschluss wieder ein. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und wir hoffen es hat dir richtig Spaß gemacht. Werkzeug und Ersatzteile findest du auf unserer Seite. Fragen, Anregungen und Hinweise kannst du in die YouTube Kommentarbox schreiben. Wir helfen dir da gerne weiter. Wenn dir die Anleitung geholfen hat, abonniere uns und gib uns ein Like. Wenn deine Freunde auch ein kaputtes Handy haben, erzähl ihnen doch von iDoc. Bei uns gibt es Anleitungen für alle gängigen Modelle. Bis zum nächsten Mal.